Dieses Video ist ein toller Tipp von Simone und Markus. Wer mal seinen Schuh anziehen möchte und aber keinen Schuhanzieher zur Hand hat, der hat manchmal ein großes Problem, denn er kommt nur sehr schwer in seinen Schuh rein. Ein kleiner Tipp hilft aber in diesem Fall, man nehme einfach eine kleine Zeitschrift oder ein Stück Karton, setze diese im Schuh an und zack, ganz schnell ist man in diesen reingeschlupft, wie wenn man einen Schuhanzieher zur Hand hätte. Ich hoffe, euch hat der Tipp gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen, mit dem Daumen nach oben. Schreibt mir in den Kommentaren, ob es funktioniert hat. Probiert es einfach mal aus und schreibt mir, ja, ob es funktioniert hat und welche Tipps ihr sonst noch gerne hättet. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr dies noch nicht getan habt, damit ihr immer die neuesten Videos von mir erhaltet. Bis dann!